Hey, are you! Hallo! Willkommen zu einem weiteren Daily Vlog! Willkommen zu einem weiteren Daily Vlog, Leute. Heute ist der Tag des Aufbruches. Ihr seht schon, der Haybag liegt hier schon breit auf dem Bett. Hier sind auch immer alle meine Kabel schon drin. Und mein Weckbruch ist natürlich hier auch schon angefangen, Leute, wie dieser. Damit ich auch ein bisschen auf der Fahrt schneiden kann, Leute. Ihr seht, der Haybag ist fertig. Wir können eigentlich los. Soos? Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt los. Ich nehme den Haybag an Tim auf jeden Fall weiter. Ihr werdet jetzt angeklippt. Jetzt geht es los nach Gütersloh. Wir werden ein Fan-Treffen machen. Also ich will das nicht so groß machen. Ich will einfach nur auf Snapchat das einmal posten, dass ich da bin. So, wir sind jetzt hier im Zug. Aber das Problem ist, wir haben keinen Tisch. Ich hole erst mal das MacBook raus. Das ist noch nie außerhalb von meinem Zimmer sozusagen rausgeholt. Wir machen uns jetzt einen Tisch. Perfekter Tisch, Leute. Der läuft. Ach so. Am besten sagen wir so, läuft. 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 Also ist Zufall. Sagt mal Illuminati confirmed. Illuminati confirmed. Ok, Leute... Wir sind jetzt hier im Zug und wir haben hier etwas entdeckt. Und zwar ist es eine Fake-Energy. Das ist nicht das echte. Außerdem des rechts sehen wir noch einen Zuschauer. Denn ich weiß, dass ich ihn erkannt habe. Was genau? Okay, Leute, wir sitzen jetzt hier gerade im Zug und ich würde sagen, wir schneiden das Video weiter und wiederholen die gleiche Cinematic von vorne nochmal, oder? Ich habe noch jemanden gesehen. Hi. Hi. Oh. Hallo. Hi. So, Leute, wir sind jetzt hier auf jeden Fall bei Zelda angekommen und wir haben hier noch unser Frank vom TS getroffen. Was geht aus? Das geht ab. Und Frank kann nämlich richtig geil Teamspeak-Sounds nachmachen. You're banned from the server. Okay, Leute, wir sind jetzt gerade auf der Fahrt nach Bielefeld. Ich habe jetzt gerade auf Snapchat angekündigt, wo wir sind. Es wird auf jeden Fall mega geil und wir sind sehr, sehr aufgeregt, aber vielleicht kommen auch gar nicht so viele. Okay, Leute, wir laufen ein bisschen gerade hin, wenn es die Fühlen hier ist. Okay, mal abraschend. Wir hatten nur so zwei Leute oder so da sein Lockhart. Oh, shit. Alles auf, was geht ab. Ja, das geht ab. Das geht ab. Das geht ab. Und hier, Moritz, muss ich schon sagen, ich habe die Wette gewonnen. Es sind mehr als zehn Leute. Leute, das einzigste, wenn ich was gekocht habe. Alles gut, danke. Okay, will noch jemand, hört noch nichts? 3, 2, 1. Hey Army! Oh mein Gott, Leute, das waren so viele Leute. Auf jeden Fall mega, mega krass. Die ganze Zeit, Leute, kommen hier noch welche hin, wir wollen Fotos machen und sagen, alles krass. Aber dieses Hey Army werde ich jetzt immer am Ende einblenden, Alter. Das war mega geil. Sorry, dass ich nur so kurz da war. Ich war einfach so überwältigt von dieser Situation. Das nächste Mal bin ich auch wieder vorbereitet und bringe euch alle Energy mit, Alter. Energy muss in die Welt gebracht werden, Leute. Was sagst du eigentlich zu der ganzen Sache? Was sagst du? Was sagst du das? Das meinte ich ja so drei oder so. Aber ich habe gesagt, ja, doch, ein paar mehr werden das wohl. So, Leute, wir sind auf der Kasse und werden uns das wahrscheinlich diese Drohne hier holen. Ja, auf jeden Fall dann heute noch testen. Das wird auf jeden Fall mega geil. Oh mein Gott, Leute, ein Greenscreen. Leute, warum ist der Mann jetzt in der Wüste? Der braucht Wasser. Und Leute, da habe ich gerade absolut keinen Bock auf Cola, werde ich das jetzt verlosen. Also, noch mal ein Quiz. Schätzfrage, wer am nächsten dran liegt? Okay. Aktuelle Abonnenten. Okay, ich muss mal sagen, 70.300. Ich muss genau auf die Zahl. 76.500. 77.247. Und Zelda, du hast gewonnen. Ich finde, das war toll, aber ich finde Energy von Brots einfach besser. Okay, Leute, wir streamen jetzt hier gerade noch live auf Instagram in dieser wunderschönen Coca-Cola-Launch. Heute ist einfach ein mega geiler Tag. Okay, Leute, wir sind jetzt gerade in Saturn und was ist das? Das kommt nicht von dieser Erde, Leute. Was ist das? Das ist eine fliegende Thermospanne. Warte mal, guck mal. Okay, Leute, wir sind wieder zu Hause. Ja, gut, das heißt, ich bin nicht zu Hause. Du bist wieder zu Hause. Ich bin ja heute bei ihm, Leute, Urlaub 2 von 0. Zelda und ich waren noch in H&M und haben noch ein bisschen in so Klamotten geguckt und so. What the fuck? Alter, das ist ja... Digga, das ist mich eigentlich komplett... Komplett wie ein Arschen-Ding. Ey, du machst es mir noch. Okay, Leute, da würde ich mich sagen... Okay, Leute, da würde ich mich sagen, schaut euch das wieder vorbei. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Der Blog war aber wieder mega geil. Und morgen werden wir das Geheimnis der Drohne hier lüften, Leute. Guckt sie euch an, Leute. Wir gucken mal, wie gut die so ist. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall. Ich muss durch irgendeine Tür gehen. Haut rein, Leute. Und tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.